Hallo liebe Freunde und Freundinnen von Facebook. Ich bereite mich zur Zeit auf den Ultramarathon in Sandhofen vor, am 11. August. Und da muss ich natürlich lange Läufe machen. So, heute ist 28 Kilometer angesagt. Und ich versuche natürlich aufzubauen auf 30, 35 Kilometer zu gehen, sodass ich 100, 120 Kilometer in der Woche absolviere. Heute ist es schönes Wetter, schön kühl und es macht wunderbar Spaß. Man kann abschalten, meditieren, habe natürlich mein Handy dabei, sodass ich zwischendurch auch die E-Mails checken kann. Also ein bisschen arbeiten muss ich natürlich auch während des Laufens. Mein Büro hat Kontakt mit mir, sodass auch Fragen relativ schnell während des Laufens beantwortet werden können. Der Ultramarathon hat einen Höhenunterschied von 3.200 Höhenmeter, 70 Kilometer. Das ist nicht ganz einfach, das ist eine Herausforderung für mich. Aber ich denke, mit gutem Training und mit Ballwasser und mit Gottes Kraft und mehreren Vaterunser wird mir das auch wieder gelingen. Und darauf freue ich mich. Und freue mich natürlich, wenn ihr am 3. August Lust habt, im neuen Laufgriff teilzunehmen. Der beginnt am 3. August und dauert ungefähr zwölf Wochen. Ihr lernt also bei mir, von 0 auf 10 Kilometer in zwölf Wochen zu laufen. Also, macht's gut, wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Das war's.